mein feedback zum kurs von philipp ist wirklich mehr als positiv ich muss dazu sagen ich hatte am anfang ein kleines bisschen zweifel ob ich das so den großen input mitnehmen kann ich komme nämlich aus dem bereich marketing aber schon vor jahren als angestellter in dem bereich gearbeitet und muss jetzt aber wirklich sagen dass mich der kurs dann komplett überrascht hat weil der kurs so umfangreich war dass ich wirklich extrem viel neuen input neue herangehensweisen mitnehmen konnte und auch wirklich sagen kann der kurs ist nicht nur für fortgeschrittene geeignet sondern auch wirklich für leute die komplett neu sind weil der kurs so umfangreich ist dass er wirklich eine 1 zu 1 schablone mit an die hand gibt und wenn man jetzt noch keine erfahrung hat im bereich marketing oder im bereich unternehmertum so wirklich ein konzept an die hand bekommt dass man wenn man es 1 zu 1 genau so umsetzt auch so sein eigenes business aufbauen kann ja ich muss wirklich sagen vielen dank an philipp für diese möglichkeit und ja dass ich dabei sein darf so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017